Wo hat er den Korb her? Den hat er von seinem Onkel Lucas bekommen. Ich will nicht, dass er spielt. Mason, er ist vier Jahre alt und er will so sein wie sein Dad. Wieso gehst du nicht zu ihm und zeigst... Ich will nicht, dass er spielt, Hayley. Jamie, komm schon, mein Schatz. Mami muss zur Arbeit. Mami muss zur Arbeit.